herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft bedwars diesmal mit facecam und dieses mal falls andere zuschauer schon mal mich mit facecam gesehen haben ein anderer hintergrund ich habe euch umgebaut und das coole ist jetzt sieht halt alles ein bisschen anders aus genau es kam es glaube schon seit einem monat keine folge mehr und ich fühle mich gerade vollkommen anders weil hier ist es ein leichtes echo weil die wand jetzt nicht mehr so vollgestellt ist so du musst mal schauen ob die aufnahmen so okay ist aber ich muss sagen ich habe das gleich schon seit knapp einem monat nicht mehr aufgenommen und habe mir einfach mal gedacht hey daher du einen monat nicht aufgemacht schmeißt du mal wieder eine folge raus war ich gerade und vier mal sechs mein haft mal und ja daher mache ich das jetzt mal wieder und bin mal gespannt wie es so wird ok ich glaube mal zu blau ich bin mal gespannt wie lange es jetzt dauert bis die folge anfängt und ist gerade sehr leise ich habe keine musik an keine musik an minecraft müsste eigentlich flüssig laufen denn ich habe aktuell ein paar probleme ob es ich weiß auch nicht warum denn werde ich jetzt ob es zum beispiel groß ab dann fängt es an irgendwie zurück als das bild fängt an zurück und die aufnahme dann auch und wenn ich zum beispiel arg offen habe mit obs und ich will damit aufnehmen dann ruckelt gleich auch schon die vorschau und alles andere auch und das finde ich ein bisschen blöd da muss man schauen wie ich das irgendwie beheben kann ich habe auch irgendwie das gefühl m obs können aber auch nur ein bachseite so ist früher war das nicht so wo ich das mal groß gemacht habe aktuell habe ich das fenster wieder klein gemacht weil es leider so ist geht es ja ich habe auch mal was gemacht und zwar vielleicht bin ich jetzt ein bisschen heller ich glaube eher nicht aber sehe ich das einfach nicht was ich habe hier so eine schöne fernbedienung und mit dieser geilen fernbedienung kann ich zum beispiel also ich habe ja mal an den schreibtisch habe diesen schreibtisch umgestellt für große und alles und habe jetzt mal so eine led strip dran gemacht und das sieht eigentlich schon geil aus der pc steht aktuell neben mir vielleicht mal wieder ein bild auf twitter oder insta schlamm und dann muss ich mal schauen aber aktuell finde ich meinen neuen schreibtisch hier wie er jetzt aktuell da steht richtig richtig geil soll ich bin mal gespannt wann es anfängt ach und ich habe mods installiert und zwar habe ich einerseits wie heißt sie doch mal die mod xeros minimap habe ich installiert inventory tweaks habe ich installiert habe ich einfach mal gemacht sieht man also die minimap sieht man aktuell oben links ich finde auch geil dass solche mods teilweise auch noch auf den servern funktionieren und laufen dass sie nicht alle mods gesperrt haben sowie inventory tweaks funktioniert auch noch das heißt wenn man zum beispiel irgendwas wenn irgendwas im inventar leer ist sei es ein schaufel erde oder sonst was wird es automatisch von seinem inventar wieder in die leiste geschoben und das finde ich ein bisschen praktisch ähm als bei tl tt bei pvp ist es praktisch einerseits andererseits ist auch noch bei äh wenn wir jetzt zum beispiel bau da muss ja nicht immer wenn inventar gehen und sachen holen da ist es zum beispiel auch noch praktisch und ich hoffe es kommen noch leute hinzu wir haben aktuell wieviel uhr 12 vor 13 müssten auch hier hinzukommen hoffe ich moment ich muss kurz husten so gott es funktioniert ich bin gespannt wie es so wird und das wirklich ich habe gerade irgendwie das gefühl es hört sich komplett anders an wie also von der soundkulisse gerade wenn ich spreche weil ich saß ja immer da drüben er hat ja nicht so ein echo das heißt ich habe nicht so gegen die wand gesprungen ich hoffe es passt so mit dem echo und ich hoffe es raus steht so arg weil der pc ist neben mir steht aber erst müsste ich schon das wird spannend also ich kann sagen blau gegen also mal fünf sechs also blau gegen rot das würde es mal spannend ich bin ja glaube ich im team blau ich kann mir stats anschauen die einfach in die mitte siehst du sie ich weiß schon seit ewigkeiten nicht mehr er ist seit über einem monat war ich schon nicht mehr auf dem server drauf ich glaube dazwischen waren es sogar noch ferien also in den ferien kam glaube ich eine folge das war es aber auch der kam jetzt ich bin neben der kam es glaube ich in diesem in der zeit in den zeitraum nicht mehr was ein bisschen blöd war aber keine ahnung ich habe irgendwie weiß ich nicht ich hatte irgendwie vergessen das spiel aufzunehmen weil ich die hauptspiele weitergemacht habe und noch andere sachen gemacht habe aber jetzt geht es wieder los und das spiel wird weitergespielt staffel 2 ist es ja glaube ich badwoss staffel 2 habe ich ja begonnen und ich will irgendwie das badwoss staffel 2 auch jetzt ja läuft bis zum gleichen datum wie es erste gelaufen ist und da bin ich mal gespannt wie lang es denn wirklich läuft wie regelmäßig es läuft damals kam ja ich glaube vor diesem monat jetzt kam glaube ich 1 bis 2 mal monat zu der folge und ja genau noch eine sache und zwar ich weiß nicht ob ich diese badwoss reihe nach diesem jahr jetzt wenn halt das jahr vorbei ist wenn die erste folge da also wenn es datum überschritten ist von der ersten folge bis zur ersten folge ne bis zur letzten folge dann muss ich mal schauen ob ich überhaupt das projekt weiterführen vielleicht werde ich es weiterführen es ist nämlich eigentlich schniche vielleicht werde ich es auch aufhören weiß ich nicht je nachdem wie die zeitgründe sind oder ich mache noch mal eine dritte staffel die dann zwar so sein wird wie die staffeln davor aber die werden dann höchstwahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig kommen also aktuell ich habe seit eine kleinere pause aber da müssen wir schauen wie ich dann die dritte staffel falls es eine dritte staffel geben wird weiterführen weiterführen sagen nein ich habe nichts messen nein ich habe nichts messen mitgebracht und da braucht jemand zu uns haltet ihn haltet ihn gegner 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 verschwinde erstmal brauche ich mal was zum essen ach jetzt werden auch die herzen da drin angezeigt im chat okay das wusste ich nicht ich war ja seit längerer zeit nicht mehr auf dem server generell habe ich seit wann war das her ich habe keine ahnung seit ewigkeiten kein bad was mehr gespielt ist vollkommen anders also ist es wieder schön dass ich angefangen habe bad was zu spielen weil das macht extrem viel spaß aber ich meine auch andererseits ich habe auch keine ahnung warum ich jetzt so eine lange pause gemacht aber eigentlich keine ahnung keine ahnung ich habe keine ahnung ach mist bau ab komm bau ab oder so dankeschön ach war es unser bad nee gott sei dank vor allem ich weiß noch nicht ob es gerade so richtig cool ist ähm etwas mit facecam zu spielen aber also andererseits geht es schon cool gut auch ich sehe gerade obs hat sich gefangen jetzt läuft es wieder flüssig vorhin hat es wieder ein bisschen rumgeruckelt das komische finde ich manchmal steht in obs ähm das nur mit 40 oder 50 fps aufnehmen kann und wenn deshalb dann steht nicht diese 60 fps wie ich es eingestellt habe dann fängt es irgendwie an zu ruckeln vielleicht werde ich mir mal überlegen also bei den ganzen spielen jetzt die ich im vollbildmodus habe funktioniert es sehr gut aber wenn ich jetzt zum beispiel minecraft im fenstermodus laufen habe dann ähm droppt es wieder unter 60 fps und dann weiß ich natürlich nicht ob es dann auch in der aufnahme ist ich glaube schon dass auch in der aufnahme ist aber ähm was wollte ich so und vielleicht könnte ich eventuell arg mit 30 sagen wir mal mit 40 oder nee so 30 bis 40 fps aufnehmen weil sowieso nicht mit mehr fps auf meinem pc läuft und vielleicht hätte ich dann die möglichkeit eventuell das spiel flüssig mit obs abgreifen zu können es ist natürlich die frage ob das auch so gut funktioniert oder ob das dann nicht so gut funktioniert oder ob das dann nicht so gut funktioniert da muss ich das vielleicht es könnte wirklich daran liegen dass ich da 60 fps eingestellt habe dass obs sich da irgendwie verfängt fängt mit seinen ähm 40 50 fps dass es nicht flüssig dann aufnimmt weil schon die vorschau eroblich läuft ist er dann natürlich die frage weil 40 fps videos will ich natürlich auch nicht bringen 60 sind das schon besser obwohl das spiel selbst nicht mit 60 läuft sieht es eigentlich dann flüssiger aus der hackt der hackt im vorgarten wieder wir müssen es verteidigen schwärmt aus patrouilliert oh nein so jetzt greifen wir an und machen die meere unsicher ist echt eine der gelb wurde gelb wurde vernichtet oh 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 ok gut das war jetzt so ein spagmania der uns gerade hier belästigt hat das ist ein spagmania ist doch ein nettes schimpfwort oder eher kein schimpfwort oder weiß ich nicht ne unser teammitglied boah da kommt man auch nicht hoch ich habe glaube ich alle da geht es weiter das rot ah das ist rot ah ich habe gedacht das wäre einer von uns Mann habe ich nicht gesehen toll ok dann nochmal kurz bronze holen dann wieder angreifen angreifen angriff attacke greift an ach das ist ja geil man sieht den todespunkt ah boah wie geil ich glaube ich lasse die minimap drin also wenn die wirklich so richtig geil ist und man seinen todespunkt alles sieht die lasse ich sofort drin waltchen werde ich vielleicht nichts davon erzählen oder vielleicht doch ich werde glaube ich mal da drauf anreden ähm aber sonst ist es doch vollkommen es geht auch mal weg zack zack aber sonst ist es doch eigentlich vollkommen cool da ist gelb da ist gelb ich könnte vielleicht bei gelb die ganze bronze abstauben oh Gott hier fängt es schon leicht an zu ruckeln folgt mir jemand ne oh yeah schafe wir sind wieder im rennen was ist eigentlich dieses was ist eigentlich dieses DD also das D Doppel D keine ahnung was Gott sei Dank nicht uns im Bett aber was ist das ähm für ein D oh Gott wir können mal runter äh herunter so ach wie geil hoch ich backe fest ich backe fest weißt du was ich tanze jetzt mal kurz zu den roten rüber die haben zwar Pfeile und Bowschen aber es sind vielleicht dennoch nicht die schlausten hier was designtemisch angeht toll tschau ach ach stimmt ach ich hätte mich rüber bauen können naja egal Fehler können passieren meine lieben Damen und Herren auch rot 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 so geht es blau ich hab da schon so lange nicht mehr gespielt ich spiele ich stehe grad voll vollkommen unter Strom also ich bin grad wieder ein bisschen aufgeregt ob eh liegt es vielleicht hier ran Das heißt Vielleicht muss ich den Nein Das bin ich aus Minecraft rauszuhalten Mit Lachen Haustaste an Automatisch auffüllen Verknüpfungen Mehr Optionen Moment Sound aktivieren An Größte Automatisch Anziehen Aus Warum geht es nicht? Egal Ich bekomme Gänsehaut Ich glaube Das sind die neuen Schluchten Sounds Könnte ich mir jetzt mal so denken Boah wie geil die geworden sind Ich glaube die sind ja auch immer anders Also derjenige der hier mit Bogen schießt Der kann es überhaupt nicht Zu rot will ich jetzt nicht gehen Grün Grün Ist natürlich die Frage Der Grüne müsste Glaube ich Aus Weiß ich Ach da steht er Hier steht Mr. Herr von Grün Huch Jetzt bau dich doch rüber Opa Geht es? Ich stehe im Beta-Layer nicht mehr Das ist rot No Warum ist rot da? Yes Star will mich Verschwinden lassen Da kommt auf einmal Grün runter Und Schlachtet rot Hm Ist doch toll Grün Grün lebt aber noch Okay Grün lebt noch Gut Na guten Tag Glaubst du ist gestorben? Okay Ich glaube ich gehe mal kurz noch mal Zu den gelben Oh Gott Wenn ich da runter fall Dann ist es aus Also ich kann sagen Die Minimap sieht Interessant aus Damals gab es ja Die eine Minimap Und zwar Reis Minimap Die war zwar Ich kann es wirklich nicht machen Geil Einer hat das Spiel verlassen Warum kann ich das nicht? Ja doch So kann ich es machen Ich kann es nicht wegschmeißen Und ich will Ich glaube der hat einen kleinen Bug hier Ach und wie findet ihr eigentlich Die Facecam Soll ich die öfters Mal in Bad Wars drin lassen Oder nicht? Ähm Kannst ja mal In die Kommentare schreiben Wenn du willst Ob du es so Gut findest Oder ob ich es wegmachen soll Bobetwell Und das ist interessant Man sieht glaube ich dort auch Die anderen Spieler oder? Uh Jetzt haben wir ein Problem Au Cool Und das weg Dafür kommen es hier Die ganzen Roten Hat gut funktioniert Okay man sieht es doch Uh man sieht sogar die Items Oh das ist ja geil Oh das ist ja geil mit der Garte Ich glaube die werde ich jetzt öfters benutzen Ist ja ein bisschen Trügerisch Das sollte man eigentlich nicht machen Aber solange ich nicht gebannt werde Bobby Ähm 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 ja Nehm ich einfach mal die Karte Mal ich nicht Das war der Nachbar Oh ich hab Gold Ja wenigstens ein Gold Oh Und falls man sich äh Fragt Was ich da für eine Wunde am Finger hab Oder warum die so aussieht Ich hab grad Ich hab grad Vielleicht los Deswegen sagst du grad so komisch aus Moment ich muss jetzt mal richtig husten Nein das bin ich runtergefallen Aber ähm falls du dich fragst Was das für eine komische aussehende Wunde am Finger ist Und zwar Ist es halt Eine Wunde und da ist halt Dreck drin Also Handy Also Ehr gesagt weniger Dreck Sondern eher mehr Staub Also Ich hab gerade aktuell kein Pflaster drauf Aber Wenn man zum Beispiel schläft oder so Kann es vorkommen Dass zum Beispiel Ein bisschen Staub oder sonst was Also in der Wohnung gibt's ja genug Im Reinkommt Aber beim Es geht aber auch schnell wieder weg Also die Wunde Die Dürfte eigentlich wieder bald verheilt sein Und dann sieht es nicht mehr Gott sei Dank nicht so aus Und wehtun Äh tut es Gott sei Dank auch nicht Flirr ein bisschen Da bin ich Gott sei Dank auch ein bisschen fröhlich Dass es nicht so blöd wehtut Und ja Wir brauchen das Bett von den Roten Wir brauchen definitiv das Bett von den Roten Definitiv Man kommt zu den Gegnern immer so extrem leicht Schade Ich hab irgendwie immer das Gefühl In jeder Mannschaft wo ich drin bin Die gewinnt auch sehr oft Es kann sich natürlich noch alles umdrehen Das wir verlieren Aber Es sieht aktuell noch sehr gut aus Ach Mann Hä Wie hat er das geschafft Ich schau mal nochmal bei den Gelben vorbei Die müssen Bronze Im Übermaß haben Oh Gott Ich hab schon gedacht Ich fall Jetzt komm ich da nicht mehr hoch Ach geht noch Okay Sofie Brasse Bin wir gespannt Jetzt wird angegriffen Bei der Hals ist auch gerade ein bisschen trocken Ich hab auch nichts zu trinken Nein Oh Gott Mann Entweder scharf nehmen können Oder irgendwas anderes Nee Ich nehm einfach meine Hand Toll Ach so was Blödes Die halten auch zu grün Okay Okay Da war auch schon lange Niemand mehr Weißt du was Ich mach mir jetzt einfach mal ein Eisenschwert Ich hatte jetzt die Nee Ist ja ein bisschen Ich hatte jetzt die ganze Zeit Ähm Dies Eisengelumpe Bei mir Und hab Es nicht verwendet Ich hab kein Kein Schwert gemacht Hier liegt nicht so viel wie drüben So Da war doch gerade ne Rode oder Oh das seh ich jetzt schon schlecht Ich hoffe noch keins von beiden Aber Jetzt aber Und tschüss Rot Das reicht mir jetzt Huch Ähm Was Oh Mann Ich will auch nur da hoch Hallo Das ist denn So jetzt aber Ach Mann Toll Naja Wäre sowieso egal gewesen Ich hab sowieso nicht viel Äh dabei gehabt Wie dann geht schon die Aufnahme? Oh knapp ne halbe Stunde Uh Das hab ich kein Ach Mann Von der her Habe ich auch glaube ich Damals Ähm Diese 30 Stunden Ne was Ja genau Ich hab damals Diese 30 Stunden Folgen gemacht Ähm Diese 30 minütigen Folgen gemacht Für 40 Minuten Und bin jetzt wieder Auch so 15 bis 20 Bei den Ähm Bei CDScan Und so Runter gegangen Wurde dann doch auch Ein bisschen zu viel Mit den 30 minuten Aber Naja Uh Das hört sich doch Gut an Und es liest sich auch gut Wenn jetzt was anderes Gestanden wäre Mit einer anderen Farbe Dann Ja nicht So und jetzt Angriff Ich hab keine Lust mehr Ich Ich geh jetzt einfach Frontal drauf Bombardier Alles weg Was mir in den Weg kommt Zwei spiele Schafe sind immer noch Extrem gut Was Ohne Schafe gäbe es Nicht bei Minecraft Uh Oder Bad Force Bad Force Ich bin so glücklich Und froh Dass man eben Schafe eingefügt hat Es ist so eine Erleichterung Ein Spieler Ein Spieler Das wird interessant Ich bin auch mal gespannt Ob dieser Inventory Tweaks Auf der normalen Singleplayer Map Richtig funktioniert Könnt natürlich sein Dass er nur auf Servern Ein bisschen rumspackt Weil Das ein bisschen Zu hart wäre Könnte ich mir dort vorstellen Und sowas hasse ich Trüben Ist natürlich jetzt die Frage Wo der Rudel ist Höchstwahrscheinlich hat er sich Wieder irgendwo eine Basis im Untergrund gebaut Ist wahrscheinlich wirklich so Der Letzte versteckt sich immer Er ist gar nicht auf der Karte Oh meine Minimap Kann ich eigentlich mit meiner Minimap Irgendetwas anstellen Modoption So Aber es ist Ich weiß gar nicht Ob ich so in die Minimap Einstellen kann Höchstwahrscheinlich ja Aber ich weiß gerade nicht Den Knopf dazu Das wäre voll geil Wenn wir heranzoomen können Dann könnten wir Überall abschauen Wo ist jetzt noch ein Spieler Wo ist keiner mehr Das wäre eigentlich richtig Praktisch Natürlich denkt man dann Dass er einem Er hackt Oh Gott Legt hier viel Pause Oh es läuft flüssig Michael fängt an zu ruckeln So und jetzt Ist er nirgendwo Der muss doch ganz bestimmt Irgendwo auf dieser Insel sein Hundertprozentig Zu 1000% Das kann ich dir aber sagen Nein Die ganzen Schafe Nein Nein Was wippt denn hier die Minimap Die ganze Zeit rum Groß klein Groß klein Vippt, 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 vippt Hm. Für Schimmel ist er auf, kach. Hm. 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 Hier bin ich doch. Hm, ist natürlich jetzt die Frage, wo könnte, ist das jetzt nicht den Ernst, oder? Bah, so knapp, nein! Ha, jetzt muss ich wieder auf Schaf sparen. Egal, ich schaf, ich war, ich schaf, ja. So, ist alles ab? Wo es sein könnte? Alter, muss es doch irgendwo sein. Also irgendwo auf der Insel. Da, hier. Da ist er. Ja. Ja. Ich wusste, Schafe sind immer richtig cool. Die haben es drauf. Ich hätte zwar gedacht, dass er irgendwo unten ist. Irgendwo unten. Oh nein, auf dem Weg zu uns. Ich muss gleich schreiben. Und zwar. Ja, Rot ist vernichtet. Wir haben gewonnen. Yes. Warum Lappen? Logisches. Er kommt wahrscheinlich von Logo. Weil er logisches GG geschrieben hat. Aber ich würde sagen, das war es wieder mit dieser Folge. Bis jetzt wieder in der nächsten Folge von Bad Wars. Und da bin ich mal gespannt, wie spannend die wird. Und ob ich die wieder mit Felska mache. Und wann die kommen, da muss ich mal schauen. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Bad Wars. Und tschüss.